Hey Leute, ich bin's wieder. Und schon wieder fängt die neue Woche an. Herrlich, oder? Naja, zum Glück ist bald wieder Wochenende. Aber hier, ich hab die nächsten für euch. Hört ihn euch mal an. Vielleicht kennt ihr ihn ja sogar schon. Ein Mann geht mit seinem achtjährigen Sohn in den Supermarkt. Als beide gegen Ende des Einkaufs an der Schlange der Kasse stehen, fallen dem Sohn am Ständer die bunten Kondome auf. So, Papa, was ist das? Mein Sohn, das sind Kondome. Die braucht man, um safer Sex zu vollziehen und sich keine Geschlechtskrankheiten zuzuziehen. Aha, sehr interessant. Aber wieso sind hier drei Stück in einer Packung? Das sind die Packungen für Singles. Einmal freitags, einmal samstags, einmal sonntags. Und wieso sind hier in der Packung sechs Stück? Das sind die Packungen für Paare. Zweimal freitags, zweimal samstags, zweimal sonntags. Aber hier sind sogar zwölf drin. Für wen ist denn die Packung? Die sind für Ehepaare. Einmal Januar, einmal Februar, einmal März.